Tut's weh, wa? Das tut bestimmt auch weh. Ganz sicher. Boah, kannst du mal deine Fresse halten? Oh. Oh, nee. Nee, nicht schon wieder. Yeah. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Yeah. Gute Morgen, liebe Sorgen. Heute ist ein schöner Tag. Gut, dass man damit auch klettern kann. Och ne, ne, ne. Komm schon, noch einen. Noch einen, noch einen, noch einen. Komm schon. Ja. Ja, stirb. Alles, alle. Ich schwör dir, irgendwann passiert es noch. Na, Gwennner. Toll, ich seh nix. Wow, das finde ich groß. Ich muss die Energietelle in seinem Wandplatz machen. Das ist ja alles schön und gut. Aber wie soll ich das machen, wenn er mich jedes Mal trifft? Fuck. Super, Muni. Haha. Okay, dann... Nehmen wir das schöne Ding mal. Hat jemand Zahnschmerzen? Ich bin Arzt. Ich denke mal, wir sind richtig. Das Ding sieht gefährlich aus. Ishii, Mann. Hahaha. Das ist nur der Hammer. Hier geht's nicht weiter? Oh. Fuck. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp, ey. Alter. Es wird schwerer. Es wird viel, viel schwerer. Das finde ich gut. Aber auf einmal. Richtig. Alter, Walter. Boah. Ist vielleicht die Gamma-Strahlung der Grund für Demutationen auf dieser Welt? Sehe ich vielleicht aus wie ein Reiseführer? Deine teuflischen Schlitzaugen sehen wohl nicht besonders gut, was? Boah. Auch so, als du dich versprochen hast, ich schweiß dich in den Sturm. Ja, so sieht's aus, Ishii. Setz dich mal durch. Mach das mal. Tu uns allen den Gefallen. Scheiße. War doch nicht so dumm. War doch nicht so dumm. Das war nicht so dumm. Eieiei Ich glaube, ich bin falsch Oh, nö Was ist das? Nein, verdammt Okay Was ist das denn jetzt passiert? Komm schon, komm schon Na, bitte Jetzt habe ich meine ganzen Detonationen aufgebraucht Das ist scheiße Puh Komm schon, komm schon, komm schon Nein Warum sterben die denn nicht? Sehr schlau Uiuiui Das war's doch, oder? Verdammt Wie kann jemand so verantwortungslos sein und mitten in diesem Sturm in eine Stadt bauen? Die Strahlungsfilter wurden während der Arbeiterrevolte zerstört So liberale Sozialisten und Kommunisten herrschend dachten, sie würden nicht fair behandelt Aber er hat schon eine coole Sache, finde ich Also wenn man wirklich die Technik dafür hat, dass da nichts passiert Ist hier noch was? Oh, super, Muni Muni sehe ich immer gerne Robi Tschüssi Boah, ich trau mich nix mehr zu trinken, ey Sonst kacke ich wirklich noch ab Aber hier ist keiner Und dann damit Uiuiui Uuuuuh Wie lauf ich denn? Uiuiui Zwillinge Boah Durch die Risse kommt die Fraler Zwei kleine Babys Und den Schoß der Familie Oh Gott, oh Gott Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier weg will oder lieber dein Hirn zermatsche Aber wenn du weiterladest, wird mir die Entscheidung sicher leichter Unser Escher ist der äußerst der Pficht darauf zu überleben Wenn du mich weiter nervst, kann ich dir ja sehen, dem gegenüber er wirklich loyal ist Gott, ey Donner, ey Puh Zwei Stück von denen Ladungen für die Ganz ehrlich Hm Ich halte mal frei, aber 14 Stück Ich nehme das Ding einfach mal mit Machen wir das Ding erstmal größer Ach Du Scheiße, ist das teuer Ich gönne mir das mal Einfach, weil ich es kann Hoffentlich war das jetzt keine dumme Entscheidung Nur enttretet Oh Mann Ich habe da hinten noch ein Munitions Ein Munitionspaket gesehen Nein, das wollte ich nicht Ich habe da hinten Boah, ist das schwer. Geh weg, geh weg, geh weg. Sterbt. Oh, stehe ich schon? Ne, doch. Echt, ich stehe schon? Was ist denn los heute? Also der Tag hat heute seine Höhen und Tiefen. Er wird echt schnell abgeballert. Oh, Mann. Dafür müsste es eigentlich Graffiti geben. Achso, jetzt geht er wieder weg. Sehr schlau. Tschüss. Ist da so ein großer Fuzzi oder wieso? Oh, ich bin so ein Trottel. Das geht doch so viel leichter. Oh, ich habe das Gebiet erfasst und einen provisorischen Zugang in den Luft. Oh, kurz Luft holen. Habe ich mir hier schon das Paket geholt? Ich glaube, hier gab es noch irgendwo Muni. Hier einmal. Und da, genau. Oh, super. Davon habe ich nur noch neun. Das ist auch kacke. Habe ich mir lieber mal für die großen Bubis auf. Oh. Ja, klar. Na klar. Das musste kommen. Na klar. Oh, ja. 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 Oh, ja.